Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit dem werten Minyas Guten Tag Und dem lieben Wodan Hi Der Urlaubsvertretung für Jack Okay, die wollen hier wieder in die Tür ran Wie immer Aber jetzt haben wir die Spitzen oben, das ist gut Tot, ich geh mal unten booten Ja, das war auf jeden Fall keine Horde Haltet mir mal die Zombies vom Hals unten an der Tür Naja, nix da bis jetzt Guck mal, wie viel Schwester Ich dachte, das wäre aufregend Ich dachte, da kommt jetzt eine richtige Horde Und die Zuschauer, die letzte Folge ist auf die Folter gespannt Oh Mann Wir sind ja in der Sonntagsfolge, gell? Vielleicht ist ja schon die Alpha 12 raus Und wir wissen es nicht Ach, sie haben die Leichen am Ehlen mal so Ja, ich hab die Klappe zugemacht Vielleicht ist die Alpha 12 hier schon draußen Mein Zukunfts-Ich Weiß es schon, ich weiß es noch nicht Ah, ist das aufregend, Alpha 12 Motorhart Keine Fingernägel mehr Ja Ich hab keinen Platz Cool Ich freu mich schon drauf Auch wenn ich unsere Basis gar nicht so schlecht finde Aber die nächste Basis wird mit fetten Wasser graben Ja Versprochen Muss, muss mindestens, wir machen drei tief Weißt du, wir brauchen nicht zwei tief Nicht ein tief Drei tief Ja Und wenn es vom Wasser umspült wird Hab ich auch nochmal gesagt bekommen Ähm, dann geht es auf jeden Fall mit den Gore-Blocks, dass die weggespült werden Die müssen nur umspült werden Ah, okay Also es wurde mehrfach so nochmal bestätigt Wir werden es in der nächsten Staffel erleben In Alpha 12 Da haben es rausgepatscht Und das Wasser soll angeblich nochmal verbessert werden Die Mühe wird es ja lang, wenn es wie in Minecraft wäre Also mit Quelle Dass man es auch wieder abschöpfen kann Ja Ja, Minecraft hatten wir ja schon in den letzten In einer der letzten Folgen, ne Hab ich ja gespielt, Minecraft Nö Ja, als ich mich da das Dach runtergebuddelt habe War wie Minecraft Als wir in der großen Stadt waren Ah Jaja Ja, ja Klasse labern Die hat eh keine Ahnung, die alte Verstehe ich ihnen schon gut Ah, scheiße Das ist noch nicht Jaja Zombies sollen nicht fressen, echt Ja Du bist unsterblich Du bist unsterblich Nur die Spitzen können ja auch Sollen wir das testen, ob du da durch bist Schon gehört Ja Funktioniert Läuft So, das sind die Dinger, die nicht kaputt gehen Genau So Null Uhr Ja, komisch, dass die Horte nicht kam, gell Aber hat nicht immer jemand gesagt, die Horte muss nicht kommen Echt? Ja Ich meine, es war so Dass die Horte nicht zwingend an diesen Tagen kommen muss Ich hab keine Ahnung Habt ihr alle ne 9mm jetzt mit reparierten Ja Haben wir halt Über Dann geh ich mal runter und mach nochmal ein bisschen Munition Ja, das ist gut Hier ist noch der Stumpf der Schande Der Stumpf der Schande Uh, das war knapp Stumpf der Schande? Ja, ja 170 Schuss wird es geben Wieso klappt das auch immer so gut mit der Munition? Wir haben fast jede Folge übermäßig Munition gehabt, gell? Nicht gut Wir haben auch Breast gefunden Und Kohle Was wir ja die letzten Folgen nicht hatten Weißt du, aber der Jack ist in Urlaub, jetzt läuft's Schwierig Ha, siehst du, du hast es gesagt Verdammt Und geflucht Nein Ich muss nur Aber der Jack weiß ja, wie ich es meine Ja, so wie du es gesagt hast So wie du es gesagt hast Richtig So, hatte ich hier immer noch Holz Wer läuft da draußen? Zombie oder? Ich nicht Ich stehe jetzt in die In die Wildnis Und dann kommen bestimmt gleich Zombies Das ist der Serendipendie Blick Und dann kommen sie So, was lecker zu essen Ah, gute Idee Kartoffeln Ja, mir unten ist alles voll Also So viel Essen hat man dann, glaube ich, in keiner Staffel Ich habe euch ja auch immer gut versorgt Ich habe ja immer gut fürs Essen Ja, siehst du Wenigens eine Die sind doch schon wieder fertig, der Garten Der ist schon wieder gewachsen Der Mais Naja Ne, nur ein Teil, glaube ich, Mais Aber die Kartoffeln wachsen ja ziemlich schnell nach So, meine Stamina ist auch wieder nach oben Hast du auch neu gepflanzt? Der hat noch siebenmal Kaffee zum Anpflanzen Macht das Sinn? Ähm, ne, Kaffee habe ich ganz viel gepflanzt, meine ich Kaffee ist auch fertig, ja Am Simulator So, da haben wir noch drei Bullet Casing, so wunderbar So, ich gehe jetzt mal die Gläser voll machen Ich habe jetzt mal die Tür offen stehen lassen Ja, ich habe mich verzählt So, 173 Schuss habe ich noch anzubieten Neu Millimeter Nehme ich was von Teilen wir brüderlich, ja Unter euch beiden Ich brauche ja, ich habe der Shotgun Unter uns Klub-Klosterschwestern teilen wir das auf Genau Hier ist die Tür offen Wo seid ihr? Ja, habe ich gerade gesagt Hier, ich komme rein Ich komme, ich komme, ich komme Ist das drin oder draußen, Woodan? Draußen, draußen Ich war im Garten Lass mal fallen Habe ich Danke Hier, Woodan Hier So, jetzt habe ich 276 Schuss, die heute kann kommen Ja, ich habe auch 276 Ich habe 314 von der Shotgun Also es geht Wir können uns super verteidigen Pass auf die Sag mal, kann, können wir nicht auch, ähm, für den Klamotten, können wir nicht da Metal herstellen oder gibt es das nicht? Leather war das höchste? Nein, nein, es geht höher Es gibt manchmal auch Metal, warte Kann das einer von euch? Ich gucke mal, was ich kann Nein, nein, das musst du extra finden, glaube ich, ein Airdrops Und die Horde kommt, ich komme zurück Die Horde kommt? Oh, wie geil Mami Komm rein Mach auf, mach auf, mach auf Komm rein Komm schnell, zack, zack, zack Nein, 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 nein Okay, Klappe hoch Nein, nein, Boden hoch Okay, und zu Hui Okay, hui So, aufs Dach Aufs Dach Go, 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 go Da kommt ja gar nichts Doch, ich höre sie Doch, da Hallo Hop, hopp, hopp, renn den Kopf Oh, hier ist man offen Weißer In den Spitzen gestorben Wo ist der Antipity? Unten? Ja, unten Ich habe durchs Gitter geschossen Super, und wo sind sie jetzt? Schon wieder keine Horde Hättest du sie mal kreischen lassen? Alter Da kommen sie, die Horde Oh mein Gott Ich habe jetzt echt gehofft gerade Ich habe gedacht, jetzt geht es nochmal ab Ich stehe du mal in den Garten Und dann hörst du sowas Ja, das stimmt Ja, dann komm doch in die Hütte Dann stelle ich mich in die Hütte Und lasse kreischen Wollte doch die Kartoffeln anpflanzen Ich gehe jetzt mal Der Jute Schnaps Ich gehe jetzt mal Wasser kochen Abkochen Der Jute Gorbi Ich bin mal ohne Interface Das ist viel authentischer Achso, die Tool war weg Ah, du kriegst halt Das ist der Nachteil Du kriegst keine Türen auf Ohne, weißt du? Ja, ne, einfach mit F7 Die Dings ausblenden Das Interface Du kriegst halt keine Klappen auf Und das ist halt der Der Nachteil Du stehst vor der Tür Lass mich rein, lass mich rein Heute nicht Nicht ohne Interface So schaut's aus Mach erst dein Interface an Dann darfst du rein Passiert nix Ein bisschen auch nicht mehr Was denn immer war Ne Hm Ach, ich vergesse immer Ich glaube, hier passiert nix mehr Hortetechnisch Dann können wir ja auch abmoderieren Wer war drin? Ich Ja, Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt, ne? Oh, keine Horde Da war's Hast du gehört? Ja, sie kommen Es schießt Ja, das hast du vorhin schon mal gesagt Diesmal kommen sie wirklich Ja, jetzt kommen sie Wartet auf mich Oh, jetzt kommen sie Dahinten kommen sie Oh Wir sind aber langsam Nee, das sind die Das ist auf jeden Fall keine Horde Was ist denn das dann? Besuch Die Nachbarn Was ist da? Besuch Habt ihr die Musik so laut gehabt? Scheiße Beschlangen Gehen wir vorne an die Tür Ja Keine Hausieren Oh nein, in die Spitzen, in die Spitzen Verdammt In die Spitzen, in die Spitzen Ich bin abgerutscht Komm, außen rum über die Rampe Ich mach die Klappen runter Aber wir haben 7.17 Das ist interessant gerade Da liegt noch eine Schwester Die will ich luten Also Okay Hä? Weil ich draufgerannt bin Oder was hat eben Pfft gemacht? Hm Oder bin sie mit einem Ark? Ark Das ist ein Häufchen gesetzt In die Spitzen Ach wie schade Ich hatte gerade Es kommt noch mal so eine fette Horde Zum Abschluss Es wäre doch schön gewesen Heute nicht mehr Mal die Tablette Oh fuck Okay, holt die blauen Eimer Den blauen Eimer? Ja Was machen wir denn mit dem blauen Eimer? Das verstehe ich nicht Oh, der geht schon Der auch Worte sind noch mehr Gorblocks Waren doch ein bisschen mehr Warum ist nicht eigentlich der Baumstumpf drin? Weil da sich die Zombies drunter gebuddelt haben Achso Dumpf der Schande Weil direkt da drunter Hm Meine Öfen stehen Ah Wortecht der Stopfen zu der Bergstätte unten Sozusagen Ja, eigentlich waren wir zu künftig Aber hier haben wir sie immer geköpft Nix zu essen hat Kommt dir nix mehr Ist das alles, was ihr könnt? Und dann Ach, sie kommen, sie kommen Was ist denn eigentlich alles? Erde? Sind auch mal Zombies verwest, oder? War's, glaub ich Ich hab die Zeit nicht im Blick Ich auch nicht Keine Ahnung, wo wir sind Ich hab nämlich kurz auf Pause gedrückt zwischendurch mal Warum pausierst du das Spiel? Weil ich einen Screenshot machen wollte Und bin dann auf Aufnahmestopp gekommen Ah, okay Das ist sehr clever Screenshot Minions Screenshot Minions Screenshot Minions, genau Ich kann aber testen Ich kann gucken, wie lang die andere Aufnahme ist Ja, du hast ja zwei Monitore Damit kannst du das tun, ja Ich tapp mal ganz kurz im Spiel So Und dann gucken wir da ganz kurz Hallo ihr Lieben Zehn Minuten haben wir da gehabt Auf der Version So Dann sind wir bei 13 Minuten 14 Ach man Blöd Arschspiel Bring uns noch ein paar Zombies Komm, wir gehen zum Finale in die Stadt, oder? Große? Wieso hab ich ein Sleeping Bag eigentlich dabei? Ich geh doch nicht in die große Stadt Das ist aber nicht mein Sleeping Bag Zum Abschluss meinst du, das ist dann die letzte Folge Und hier liegt wo dann? In dieser Staffel Da liegt ein Sleeping Bag Und das ist ja ein Deputat Dann ist es Jack gewesen Das in der Mitte Nee Das in der Mitte kann auch meins gewesen sein Ich hab doch vorhin versehentlich Das Das Bett aufgenommen Und ich würde mal vermuten Dass das Bett vom Jack war Jetzt guck ich mir nochmal die Brücke an Ach da hat das Holz gefehlt Deswegen ist es eingebronnen Dann hält das wirklich mit dem Holz Weißt du was? Ich muss leider zum Abschluss dieser Staffel Muss ich diese Brücke reparieren Doch Dachten wir gehen jetzt in die Stadt? Ja, ja, geht schon mal Ich muss die Brücke reparieren Ach so Ja, wir gehen vor Alles klar Die Mission ist das Wichtigste, ich weiß Absolut Muss das Das muss ich abschließen Kann so nie schlafen Genau Ähm Ähm Wollte ich jetzt Zement mixen Ich hab ich Holz fehlt mir zum Glück Hol ich mir von draußen Das ist Das mach ich für mich Also Wir wissen ja nicht Ob die Staffel abgeschlossen ist Wir gehen jetzt mal Uah Das war knapp Wir gehen mal davon aus Dass die Dass die Staffel hier mit beendet ist In dieser Folge Kommst du mit Wodan? Wart auf mich Es könnte natürlich sein Dass es beim nächsten Mal weitergeht Ich hab noch Neckabier Schön Super Ich ne Ich lauf ohne Das wäre sonst langweilig So Boah Ich hab ne Venice Wie ein Gänseblümchen Ich auch Ich glaub ich hab 5,50 oder so Äh Wieso hab ich kein Holz Ah jetzt So Läuft's So Können auch einen Umweg laufen Über die Straße Dann laufen wir nämlich Direkt in die Stadt Oder? Äh Lauft die in die zentrale Stadt Oder wo lauft die hin? Du hast gesagt in die Stadt Jetzt laufen wir in die zentrale Stadt Über den Über die Straße Genau Achso Okay Hallo Wenn schon denn Schon wenn dann sterben wir richtig Ähm Wenn schon sterben Dann mit nem Knall Und nicht nur mit so nem kleinen Huch 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 Was ist das? Hier geht's ja runter Schräg Ich dachte grad Hier ist der Weg zu Ende Ja War nicht Zombies haben zurückgeschlagen Sie haben die Straße abgebaut Ja genau So schnell ne Stütze bauen Das mach ich jetzt Er hat ihn getroffen Verdammte Brücke Wenn's das letzte ist Was ich tue Das hilft dir auch nicht mal Das schreien Bitte was war das? Das war äh Der Dicke und der Belgier hier Adrian Adrian So dann sind wir auch schon In der zentralen Stadt Ja aber schnell Ja Wir sind auf die Straße gelaufen Mussten gar nicht durch das Durch das neblige Ding laufen Durch das neblige Gebiet Wir sind über die Brücke drüber Und dann einfach die Straße hoch Ja So ein Joch besser ne? Ja ach so Ist das überhaupt die zentrale Stadt? Ich glaub das ist nur ein Städtchen So Dann das Ding so aushärten Und hier lass ich die Säule ran Hier ist das Ding Pole Hast du erwischt die Schwester? Yes Oh Schwester Gib mir was Oh hier geht alles wohl Er hat noch lang kein Erdloch mehr Ne? Kann das sein? Nein Ich guck mal in das Auto Hast du mal ein Auge auf mich? Oh okay Ich hab die Brücke apriert Mann sieht die schön aus Endlich ist die Brücke fertig Und sie hält Jetzt stirbt doch Danke Ich kann zufrieden ins Nirvana gehen T Ich bin richtig zufrieden Wahrscheinlich bin ich der Einzelne Ich bin stolz auf dich Stolz auf dich Auf jeden Fall Ja Finde ich auch Zwei bei war auf einmal erschossen Perfekt Die Kugel ist sozusagen Durch die durch Quatsch Das war sein letztes Wort Oh oh Ich kenne das Hinter dir Nach dem Vetter Danke Oh der kommt ganz schnell auf dich Pass auf Ja schieß 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 los Was machst du denn da? Ich hab den Parkinsons Das sieht so aus als wenn du Parkinsons hättest Nee das hab ich Hinter dir ist einer Kannst du deine Acht bespielen? Oh ich muss meine Waffe reparieren So die Brücke ist final fertig Screenshot von Papa Krankenschwester Ja ja ich weiß Ich musste meine Waffe reparieren Die war kaputt Komm zu euch Nutzt nix Nutzt nix Wenn ich komme Man nutzt das nix Ich zeige euch was ich mache Oh die hat einen Beaker und Pillen Sehr gut Papier brauchen wir nicht Ja wir sind so bei 21, 22 Minuten Wo bin ich dran? Hast du andere Ich blute Ich blute Du bist dran Du bist dran Nein Ich bin gestorben Ja ihr Lieben es tut mir leid An dieser Stelle beenden wir auch die Folge Ich bin tot Da macht das keinen Sinn mehr weiter zu spielen Dann zur nächsten Folge sehen wir uns vielleicht sogar schon mit der Alpha 12 wieder Ja Und ihr wisst was ihr zu tun habt Daumen nach oben Daumen nach unten Abo bei mir da lassen Der Alte hat genug Und der Wodern spielt nicht Als Codewort bitte Alpha 12 Ja Wir hatten die letzten Folge keine Also bitte viermal Alpha 12 reinschreiben Viermal Weil wir die letzten drei Folgen kein Passwort hatten Also bis dahin Oder bis zur nächsten Folge der Alpha 11 Wir hoffen auf die Alpha 12 Macht's gut bis dahin Tschüss Bis dann Tschüss Tschüss